Was geht ab meine lieben Freunde, C2DMAX, Kriegs am Start und heute ist es endlich mal wieder soweit. Wir streamen heute wieder auf Twitch.TV, heute dem 3. Oktober um 16 Uhr. Kommt auf jeden Fall vorbei und dann könnt ihr auch mit uns zusammen zocken, falls ihr PC-Spieler seid. Falls ihr auf den Konsolen spielt, ist es auch nicht schlimm, kommt einfach vorbei und schaut uns beim Zocken zu. Wir werden auf jeden Fall viel Spaß haben. Also wie gesagt, 16 Uhr auf Twitch.TV, Link dazu findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und dann seid ihr auch mit am Start. Außerdem noch eine kurze Information am Rande. Ihr wisst ja alle, dass morgen endlich das Biker-DLC rauskommt. Und da haben wir uns gedacht, streamen wir vielleicht eventuell auch noch so eine Stunde maximal morgen. Da wir wie gesagt recht wenig Zeit aktuell haben wegen Arbeit und Schule. Deswegen eher wahrscheinlich, wenn wir streamen, dann morgen gegen Abend irgendwann. Genaue Uhrzeit kann man da an der Stelle auch noch nicht sagen. Aber es könnte natürlich auch passieren, dass wir nicht streamen. Dann wisst ihr aber Bescheid, da hatten wir einfach keine Zeit gehabt. Und wenn wir morgen streamen sollten, dann auf jeden Fall auf YouTube, weil das soll dann alles ganz schnell gehen, damit ihr auch direkt alles seht und nicht mehr irgendwo draufklicken sollt. Also, wenn wir morgen streamen, dann irgendwann gegen Abend und direkt auf YouTube. Wenn wir streamen sollten, dann auf jeden Fall über das neue Update. Und da das Ganze auch gleichzeitig als Informationsvideo dienen soll, wird das dementsprechend auch auf YouTube gestreamt und ich auf Twitch, damit das direkt auch auf YouTube bleibt. So, dass sich Leute im Nachhinein auch noch alle Infos zu dem Update anschauen können. So, und jetzt nochmal das Ganze zusammengefasst. Heute streamen wir auf Twitch.tv um 16 Uhr und morgen, wenn wir streamen sollten, dann gegen Abend und über das Update direkt auf YouTube. Und das war es auch schon mit dem Informationsvideo. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr heute um 16 Uhr vorbeischauen würdet und uns beim Streamen zuguckt, beziehungsweise direkt mitzockt, wenn ihr auf dem PC seid. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.